Seit dem 16. März sind die Kitas in NRW geschlossen. Jedoch wird vielerorts eine Notbetreuung für Kinder angeboten, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten. Darüber möchte ich heute mit Anja Urlaub sprechen. Sie ist Leiterin der Kita St. Sebastian in Bonn. Hallo! Hallo, grüße Sie! Wie viele nehmen denn jetzt so ungefähr diese Notbetreuung in Anspruch? Also wir haben in den letzten Wochen insgesamt sechs Kinder aus vier verschiedenen Familien. Wie viel des ursprünglichen Personals ist dann in der Kita? Also wir sind jetzt immer nur zu zweit in der Betreuung und ich im Büro, damit hier auch keine unnützen Kontaktketten entstehen. Wie kann ich mir das vorstellen? Sind das immer die gleichen oder rotieren Sie irgendwie? Ja, also am Anfang haben wir natürlich überlegt, wie wir das machen. Da waren auch noch alle hier die erste Woche und haben andere Arbeiten übernommen. Dann wurde ja aber das Kontaktverbot noch enger gehalten. So, dass wir dann gesagt haben, wir gucken, dass dieselben Mitarbeiter erstmal in der Betreuung bleiben, die es in der ersten Woche gemacht haben und haben dann wochenweise gewechselt. Wie sieht so ein Tag in der Notbetreuung aus? Ist das ein ganz normaler Kindergartentag? Ja und nein. Also natürlich versuchen wir für die Kinder den Alltag so zu strukturieren, wie wir das sonst auch tun, dass wir sie an Frühstücken erinnern, der Frühstückstisch zum Beispiel auch gedeckt ist oder dann beim Mittagessen die ähnlichen Rituale haben, wie sonst im Alltag, auch mit ihnen spielen. Aber natürlich immer unter der Option auch ein bisschen Abstand zu halten, was bei den ganz jungen Kindern natürlich schwierig ist. Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ist es denn möglich überhaupt, die Hygienebestimmungen einzuhalten? Ja, auch da ja und nein. Wir achten natürlich darauf und die Kinder sind dadurch, dass es von den Eltern her natürlich auch schon Hinweise für die Kinder gab, sich entsprechend zu verhalten, sind die tatsächlich auch ein bisschen zurückhaltender, springen uns nicht gleich auf den Schoß oder in den Armen zur Begrüßung, wenn sie kommen, sondern sind da auch ein bisschen auf Abstand. In dem Moment, wo natürlich ein Kind sich wehtut zum Beispiel oder traurig ist, ist natürlich auch ein bisschen körperliche Nähe unsererseits gefordert. Also verstehen die Kinder die Situation ein wenig? Je älter, je besser. Ist die Stimmung jetzt anders als an einem normalen Kindergartentag? Ich meine, es sind ja viel weniger Kinder da. Merken Sie das, dass die Stimmung da ein bisschen verändert ist? Ja, manchmal. Also natürlich ist es viel ruhiger und auch für die Kinder weniger Spielpartner, die sie wechseln können, Möglichkeiten, die sie haben. Aber Kinder finden sich ja ganz schnell in neuen Situationen zurecht. Und von daher sind sie guter Dinge. Und freuen sich, wenn wir ihnen was anbieten. Aber eben auch, dass sie hier nochmal andere Räume, anderes Spielmaterial, andere Möglichkeiten haben als zu Hause. Was jetzt mit den Kindern, die jetzt zu Hause sind und nicht in die Notbetreuung gehen, wie glauben Sie, wirkt sich das auf die Kinder aus? Ja, das ist schwierig zu verallgemeinern, denke ich. Also grundsätzlich habe ich den Eindruck oder die Rückmeldung bei unseren Eltern und Kindern, dass es denen gut geht, dass sie versuchen, das Beste aus den Situationen und der Umgebung zu Hause zu machen. Und ja, auch da Homeoffice und Kinderbetreuung unter einen Hut zu kriegen, ohne dass die Kinder darunter leiden. Die Kinder vermissen uns aber. Also wir haben schon telefoniert, E-Mails geschrieben, Osternester an die Kinder verteilt, die die Eltern mit den Kindern hier abgeholt haben, sodass sie uns sehen konnten. Und da haben tatsächlich auch das eine oder andere Kinder schon Tränchen verdrückt und gesagt, ich will wiederkommen. Alles klar. Wie schauen Sie denn jetzt in die Zukunft? Ja, gemischt natürlich. Jetzt ist natürlich heute abzuwarten, wie die Politik entscheidet, wie es grundsätzlich weitergeht. Dann ist wieder abzuwarten, wie das Ganze umgesetzt werden soll, wie man schrittweise wieder zurück in einen Alltag findet. Und ich hoffe, dass uns das gelingt bei allen Maßgaben und Vorsichtsmaßnahmen, die jetzt eingehalten werden müssen. Alles klar, Frau Urlaub. Vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kolleginnen noch viel Kraft in dieser Zeit. Dankeschön. Vielen Dank für die Fragen. Alles Gute.